Das ist einfach die Geschichte, warum ich mir denke, ja, ich meine, wenn wir da einfallen, dann können sie mir eigentlich nichts tun. Ich hoffe auch, dass es jetzt nicht notwendig ist, einen 1,80 Meter hoch den Zaun zu machen, dass er wirklich nicht rüberkommt. Ich hoffe, dass es dann reicht, wenn er weiß, da ist der Zaun und da ist alles. Wenn er, wo er gewesen ist, da hat er einen niedrigen Zaun gegeben, also der war kleiner, also niedriger als ich bin, war das vielleicht ein 50 oder so, keine Ahnung, wo ich bin ein 70. Und obwohl er ja dort auch am Anfang noch nicht wusste, dass er das hinkommt, ist er auch vom ersten Tag an, wenn ich das Windel wegfremse oder wieder kopf oder so. Ich meine, er hat ja Köpfe, natürlich, weil er bringt ja auch Rauch auf die Türschnallen, aufmachen. Du machst auch, ja. Also kann er, ja. Und natürlich kann es jetzt sein, dass er sich hier lasst, dass er mich im Garten übermorgen hat, quasi, er ist ganz neu und dann geht ihr weiter fort und er denkt sich um Gott, da finde ich, wenn er lacht. Also dann ist es dann eine andere Situation, wie zum Beispiel, ihr seid zum Beispiel im Haus, die Tür draußen ist offen, nur die Fliege ist, die Tür ist zu und der geht im Garten spazieren und ich habe eigentlich keine Ahnung. Amen.